So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Grandia 2, die Anniversary Edition. Ja, wir waren das letzte Mal hier, stehen geblieben, immer noch bei Sun Time, Papal State und haben... Äh, äh, und waren in der Kathedrale und jetzt können wir Richtung Ost-Silesia, oder Silesia, wie das heißt. Weil, wir haben ja alles eingekauft und... Ja, jetzt sind wir auf der Suche nach dem Divine Sword und da müssen wir jetzt hin. In your Sun Time Mountains Pilgrim Road. Können wir noch gucken hier, ob es nach links und rechts was gibt. Außer Gegner. Geld. Nimm das mit. Noch mehr Geld da unten. Geld. Geld, 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 kommen meine Taschen. La 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 la. Ja, hier geht's ja doch hoch. Hm. Ist ja noch was hier unten? Ne. Waaah, ich komme mal schon bei. Haha. Seed of Moves. Weg da. Waaah, jetzt ist die Gasse. Na toll. Nein, tschüss. Nein. Waaah. Nein, ihr kriegt mich nicht. Gibt's ja gar nichts. Was ist das schon? Geld. Huch. Bisschen Durchgang. Waaah. Waaah, 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 weg da. Gibt's da was? Hier geht's wieder hoch. Waaah, waa, 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 überall Gegner, Gegner, Gegner. Gibt's wieder hoch? Gibt's hier nix? Nothing. Doch da. Magic Blessing. Gibt's hier nix? Gibt's? Wow. Poisoned Knife. Ah, ihr habt uns nicht gesehen. Oh, der ist ja schwächer. Was war jetzt Magic Blessing? Ah, hier. Releases Magic Blocks. Aha. Nee, ist ja da durchgegangen. Okay, gucken wir mal kurz drüben auf der anderen Seite hier. Wo waren wir jetzt da gerade? Ja, wir waren da gerade, okay. Okay, mehr gibt's ja gar nicht. Aber bestimmt noch dieses... Äh... Geg... Äh, na. Vergiftete Messer. Poisoned Knife. Vergifteter Dolch. Nicht Messer. Oh Gott, hier leckt das Spiel wieder, aber... Das liegt nicht an mir. Hat doch mal ein Kampf. Ich kämpfe wieder funktionieren. Oh Gott, hier leckt das Spiel gegen den Job. So... So... Das ist kaputt. Ein Ukra-Helm. Können wir nicht lesen. Oh, das geht kaputt. Gibt's hier auch was, Jo? Wie schätze mäßig. Geld. Außer Geld. Wow. Was für knapp. Landcougar. Jawohl. 1035. Nein, der macht Mist. Ei, ei, ei. Jetzt kriegst du was sinnlos. Halt. Verdammt. Move 2, wow. Hier geht mein Impact-Bomb. Bumm. Ey. Voll ausgewichen. Du, Drecksau, du. Hab ich nicht gesagt. Hab ich nicht gesagt. Das habt ihr nicht gehört. Bumm. Voll auf den Kopf. Ja. Weil die Move hoch haben. Bäm. Du brauchst Übungen, wenn du mich besiegen willst. Du brauchst Übungen. Ja, wenn du mich besiegen willst. Stimmt schon. So, jetzt sind wir hier am Speicherpunkt. Wow, 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 wow. Es hüpft da rum. Da ist Geld da drüben. Ah. Hilfe. Wo doch das Labyrinth hier. Da wollte ich es nicht hoch. Oder Aussichtsturm. Geht weg. Ah. Nein. Geht weg. Geht weg. Mann, Mann, Mann. Uah. Ich hab mich nicht gesehen. Hilfestick fest. Irgendwas gibt's hier noch. Was cooles. Außer Monster. Und Geld. Wow, 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 wow. Du hast mich nicht gesehen. Vielleicht gibt's doch was hier. Also das Geld. Komm mir da ran. Nicht. Ach, da ist ein... Ah, da ist was. Da ist ein Helm. Ach, komm, wir von außen hin. Okay, mach einen Moment. Wieder hier zurückkommen. Dann kommt halt her, ihr Typen. Mach ich euch mal kaputt. No. Oh. Hey. Nein, lass das! Nein, aua! Diese Leute waren keine Riesen-Challenge. Oh, Black-Magical-Helmet. Machen wir das so. Oh, da geht bloß der Kerl auf, okay. Höh! Da langlaufen brauchen! Tschüss! Na sowas. So, irgendwann wollen wir das Geld noch. Da! Da ist die Kasse. Auch was? Ne, das Rohr, das Geld. So, geh weiter. Da gibt's noch was links. Geld. Ein Haufen Geld. Vielleicht gibt's wieder einen Crew, wieder einen Laden, wo der Haufen kaufen kann. Das hier gibt's so viel Geld. Wahrscheinlich. Das ist so wenig. Drum. Weakness, Nut. Seed of Psych. Weg. Weg da! Weg da! Eine Golden Nut. Seed of Defense. Da oben ist noch Gegner drin, also aufpassen. Hä? Speicherpunkt. Das heißt zwar immer Boss-Time, aber diesmal ist es nicht der Fall. Du hast mich nicht gesehen. Oh, ein Ring. Revival Jam. Wo ist alles kaputt? Na toll. Ah! Ich wusste, es ist noch mal ein Gegner. Hm. Mach mal Feuer. Was gegen dir hilft. Ansonsten Dings probieren. Oder einfach Zap testen. Ist wie Feuersäulenkant, ja. Uh. Schnell! Nein, bleib stehen. Bitte, Herr, antworten mir. Jawohl. Jawohl. So geht's auch. Noch ein Ring. Mirage Earring. Oder auch Ringe. Da ist noch eine Nuss drin. Seed of Power. Und Monster. Nee, doch nicht. Waaah, nein, geh weg. Du. Mirage Earring. Mit dem Power Nuts. Oh Gott. Ah. Nein. Waaah. Geh auf. Au. Ja toll, Seed of Life. Waaah. Och, Mensch. Geh weg, Mensch. Du. Erschreck mich noch einmal so, du Typ, du. Ohne Kiste. Kiste, Kiste. Drum. Toll. Eins. Zwei. Und Kiste. Quakestone, Skroth, oh hier Rage Ring. Ein Rage. Der macht uns Rage. Wären wir Rage. Oha, bloß 10 Angriffskraft. Damage Ops. SP Recoury by 3. Ebenso. Revised Character Rons. Also er wiederbelebt den Charakter einmal. Das ist nicht schlecht. Und bringt mehr, äh, Defense. So, das war eigentlich das coolste hier. Okay. Hier ist ein Strand. Mhm. Ah, da müssen wir anscheinend hin zu dem Boot. Ein Haufen Nüsse. Hm. Nein. Na. Huch. Hä, wie komme ich von da her? Wo geht's da hin? Ist die Brücke kaputt? Nein. Okay, komm her. Ich hoffe mal, die Nuss bleibt da. Die Nuss liegt da noch. Ach, das waren die wieder. Jawohl. Kensei Kenslash! Bumm. Kaputt. Seid ihr schnell, Mann. Hüah. Hilfe, der springt mich an. Bumm. Oh, hab ich abgebrochen. Bumm. Nein, nicht so angreifen. Die weichen eher aus. Bumm. Tensei Kenslash! Juhu. Eine Scroll of all here. Ja, die Nuss blieb da noch liegen. Seed of life. Ein Haufen Nüsse und noch Geld. Ist das hier Schatzkammer oder das? Anscheinend. Ex... Was? Exhaustion Nut. Was ist das denn? Mal klären mal nachschauen, was das ist. Okay, mehr gibt's hier nicht. Was ist denn eine Exhaustion Nut? Hm? Was ist die denn? Ach, hier. Plus minus eins. Echt. Ach so, okay. Williur du vollpumpen? Drei Witt. So. Okay, wer sich mehr gibt, dann können wir wieder raus. Sieht doch mehr... Oh, noch eine Nuss. Oder sieht. Ja, nicht Nuss. Äh, Samen. Was haben sie denn das? Das ist drei Mack. So, der hat mal 70. So, da müssen wir hin, noch zu dem Boot. Okay, mehr gibt's hier nicht. Uah. Nein. Oh. Ach, ja. Kennt ihr noch die Gegner vom Anfang? Autsch. Mann. Ne, wir können ja doch, äh, Magie anwenden. Ey. Au. Damn, that hurts. Ja, that hurts, Mensch. Lassen wir nicht. Okay, Erde hilft bei denen, nicht Eis. Die Musik klingt cool. Wie? Und dann stolen Sie. Die Musik klingt gut. Schnell! Na toll. Nein! Autsch! Ah! Bleib stehen! Also das Geld ist schon wieder krass, muss ich mal sagen. Ich bin schon fast am Ziel, siehste. Ach! Nein! Nein, verdammt! Waaah! Nein! Geh weg! Mensch! Pension Nut! Wieder so eine Angriffsnuss hier. Für einen Kampf. Noch mal eine Golden Nut. Für die SP-Heilung. Ah! Hilfe! So, jetzt sind wir am Ende. Juhu! Chrome Kingdom! Willkommen in Rowlands Heimatstadt. Und wieder mal Stadtbesichtigung, wie Gradier 1. Hehehehe. Also, Stadt von oben angucken. Das ist schon mal E saying. Und wieder ein Hühler. Im Briege. Und wieder einmal ein Hühler. Und dann wieder wieder ein Hühler. My, this town is bursting with activity. The fruit of prosperity is in abderence. This peaceful century is just a facet, when the time comes its true ugly form. Ugly form is sure to show itself. We the people of Groom are known as the Descends of the people of darkness. So is the Granisaber in this country? What do you mean by Descends of the people of darkness? Not like everyone's hunched over, rubbing their hands and murdering curses, you're saying that you're one of these people? Yes, most probably have almost no memory of the people of darkness. But only my people can never forget, that is why I left to learn about the confrontation between light and darkness. Come, let's get a room first. Tomorrow we can start searching for the meaning of Sarah's words. Erstmal einkaufen gehen. Das ist das wichtigste, was ihr in der Stadt immer machen müsst, einkaufen gehen. Wenn ihr genügend Geld habt. Yeah, yippie! We've got some great deals here. Ich könnte was verkaufen. Demons Tears. Mirage Earring. Bonds of Trust. Wow, eins. Firmflame. Shadowblade. Burnflame. Hole slash Dremel. Wir nehmen einmal Dremel. A huge Crossbow. Wow. Okay, brauchen wir nicht. Nochmal. Okay. Black Quartz Helm. Aha. Warte, move wieder höher. Kaufen mal zwei so ne Dinger da hier. Magical Braise. Ach, der macht mehr Abwehr. Ja, egal auf das Wiederbeleben. Dann gehen wir mal sterben. Das ist ganz selten. Hoffentlich ganz selten. Ach, voll ja, kein Schwein. Alles weg damit. Hm, aber lässt. Ich glaube, wir bekommen Millenia noch mal eine Party, deswegen... Ah, Moment, erst mal, ähm... Ja, okay, so. Großer Zelt. Okay, dann der Move noch. Items brauchen wir ja keine, haben ja genug. Ich kaufe mal Spaß im Sabor, so. Ryuda braucht kein Schwert. Er ist stark genug. So, wir können auch erst mal wieder speichern und... Ja, erst mal einen kleinen Kaffee da machen. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Und haut rein.